Francisco, was machst du hier? Warum bist du heute nicht zum Deutschkurs gegangen? Hallo, Lehrer. Es tut mir wirklich leid. Ich hatte heute keine Lust, zum Unterricht zu gehen. Okay. Aber was ist passiert? Konntest du es nicht rechtzeitig schaffen oder was? Nein, Lehrer. Ich war pünktlich angekommen, blieb aber einfach stehen, um über einige Dinge nachzudenken. Kann ich wissen, was das für Dinge sind? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Ich meine, sie sind ein ausgezeichneter Lehrer, aber das ist etwas. Naja, ich wollte wie immer Deutschunterricht nehmen, aber dann habe ich mich gefragt. Was machst du? Wissen Sie, ich werde bald 60 Jahre alt und ich versuche, eine neue Sprache zu lernen. Ich weiß, du denkst auch, dass es für einen alten Mann wie mich unmöglich ist, eine neue Sprache zu lernen, oder? Oh, Dan, ist das das Problem. Ich verstehe. Kann ich hier sitzen? Sicher. Es ist nicht so, dass ich auf jemanden warte. Du kannst dort sitzen. Du denkst also, du bist zu alt, um Deutsch zu lernen. Ich werde dir einige Dinge erzählen. Man ist nie zu alt, um etwas Neues zu lernen. Und dazu gehört natürlich auch eine neue Sprache. Ich wusste, dass du so etwas sagen würdest, aber die Wahrheit sieht anders aus. Ich weiß, dasselbe. Schauen Sie, es kommt durchaus vor, dass ich Kommentare wie Es ist schwieriger, weil ich älter bin höre. Oder ich bin zu alt, um Deutsch zu lernen. Dies ist jedoch nicht wirklich wahr. Ich werde es dir erklären. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man nie zu alt ist, um eine Sprache zu lernen oder sich andere neue Fähigkeiten anzueignen. Ihr Körper verfügt möglicherweise nicht über die gleiche Beweglichkeit oder Flexibilität, um beispielsweise Sport zu treiben. Aber Ihr Gehirn kann definitiv gedehnt und herausgefordert werden, um neue neurologische Verbindungen herzustellen. Was sie zu einem effektiven Lernenden machen kann. Die Leute haben eine falsche Vorstellung davon, Deutsch zu lernen. Beim Deutsch lernen geht es nicht darum, etwas völlig Neues zu lernen. Das ist nicht korrekt. Eine Sprache zu lernen bedeutet, Ihr bereits vorhandenes Wissen über die Welt mit dem neuen Input zu verknüpfen, den Sie erhalten. Genau aus diesem Grund können Erwachsene besser oder zumindest effizienter lernen als Kinder. Ihre langjährige Schul- und Lebenserfahrung machen Sie aufnahmefähig und ermöglichen es Ihnen, die Feinheiten einer Sprache sowie die Strategien besser zu verstehen. Beim Analysieren und Auswendiglernen neuer Konzepte anzuwenden Warum denken dann ältere Schüler, dass das Alter so entscheidend für ihre Fähigkeit ist, Deutsch zu lernen? Es gibt drei gemeinsame Faktoren, die Schüler oft mit dem Alter verwechseln. Risikobereitschaft, Zeit und Wiederholung. Wir verbessern uns, indem wir versuchen zu kommunizieren und verstanden zu werden. Und das bedeutet, Risiken einzugehen und Fehler zu machen. Erwachsene Lernende tun dies in der Regel weniger gerne als jüngere Studierende. Daher ist es leicht zu glauben, dass das Alter das Hindernis für den Lernprozess darstellt und es als Rechtfertigung dafür zu nutzen, kein Risiko einzugehen. Typischerweise unterschätzen Erwachsene auch, wie viel Zeit Kinder zum Lernen benötigen. Wir stellen uns junge Menschen als Schwämme vor, die alles sehr schnell aufsaugen. Und das kann unter bestimmten Umständen zutreffen, aber wir sollten uns auch an etwas erinnern. Wie viele Schuljahre können Kinder brauchen, um beispielsweise das Einmaleins in Mathematik zu lernen? Im Vergleich zu Kindern haben Erwachsene in der Regel weniger Zeit für das Erlernen einer Sprache. Denn auch sie müssen sich auf viele Aspekte des Lebens konzentrieren und nicht nur auf ihr Studium. Darüber hinaus finden Kinder oft, dass Wiederholungen beruhigend sind und ihnen Sicherheit geben, was sie produzieren. Das bedeutet, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass sie neue Sprache auf die gleiche Weise wiederholen. Allerdings ist die Wiederholung von Ausdrücken bei bedeutungsvollen Begegnungen wie Sehen, Hören. Oder die Verwendung des Wortes in einer denkwürdigen Situation ist der Schlüssel zum Lernen. Untersuchungen legen nahe, dass dies mindestens siebenmal durchgeführt werden muss, bevor wir sagen können, dass wir Das neue Wort oder den neuen Satz tatsächlich kennen. Das ist die beste Art, sich neue Wörter einzuprägen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was es bedeutet, ein guter Sprachanwender zu sein. Oft haben Studierende eine sehr enge Definition, beispielsweise keine Grammatikfehler zu machen. Oder viele Vokabeln zu kennen, auch wenn diese wichtig sein können. Meistens müssen wir effektive Kommunikatoren sein, und das bedeutet Wissen, wie man Beziehungen aufbaut, sich ausdrückt und interagiert. Grundsätzlich können soziale und interkulturelle Kompetenzen ebenso wichtig sein wie Sprachkenntnisse. Deshalb konzentrieren wir uns beispielsweise in unseren englischsprachigen Videos auf diese Themen. Auch das sind Elemente, die für reifere Menschen oft leichter zu verstehen sind als für Kinder. Ist das wahr? Ich meine, ich verstehe, was sie sagen, und es macht Sinn, aber ich weiß es nicht. Manchmal fällt es mir schwer, mir ein neues Wort zu merken. Ich wiederhole es immer und immer wieder und nichts. Und was bedeutet es eigentlich, ein Wort zu kennen? Es kommt nicht nur darauf an, sich rechtzeitig daran zu erinnern, oder es an der richtigen Stelle in einem Satz verwenden zu können. Es geht zum Beispiel auch darum zu wissen, Wir sagen blondes Haar, nicht gelbes Haar, oder Wörter können auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein anderes Beispiel ist Fotografie, Fotograf, Fotografie, Fotografie und so weiter. Es gibt auch andere Überlegungen, beispielsweise ob es Wörter mit ähnlicher oder gegensätzlicher Bedeutung gibt. Wenn es Unterschiede im Stimmverhalten gibt, ist es vielleicht formell oder informell, höflich oder unhöflich. Oder wenn es andere Wörter gibt, die den gleichen Klang, aber eine andere Schreibweise haben, wie Haar und Hase. Ich meine damit, dass sie für all diese Elemente Verknüpfungen und Verbindungen in ihrem Gehirn herstellen müssen. Was für reife Erwachsene zu einer bewussten Aktivität werden kann und als Konsequenz? Es fällt ihnen leichter, ein neues Wort zu lernen, weil man über mehr Dinge klar denken kann. Sie können mit mehr Menschen interagieren und haben mehr Dinge, die sie mit diesem neuen Wort in Verbindung bringen können. Als Erwachsener Deutsch zu lernen hat viele Vorteile. Das ist sicher. Der Mythos, dass Kinder schneller oder besser Deutsch lernen als Erwachsene, stimmt nicht. Ich hoffe, Sie konnten verstehen, was ich gesagt habe. Es gibt kein richtiges Alter, um etwas Neues zu lernen. Ich denke, du hast recht, Lehrer. Außerdem habe ich bei der letzten Prüfung die höhere Punktzahl erreicht, also. Genau. Ihr Lernprozess der deutschen Sprache ist großartig. Vielen Dank, Lehrer. Ich fühle mich jetzt viel besser und es tut mir leid, dass ich nicht zu Ihren Kursen gegangen bin. Das ist okay. Mach dir keine Sorge. Ich möchte nur, dass du Deutsch lernst und verbesserst. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie immer auf mich zählen, Francisco. Ja, Lehrer. Das weiß ich jetzt. Vielen Dank für deine Hilfe. Vielen Dank.